Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, kurz BASG, hat eine Untersuchung des Todesfalls einer Krankenschwester aus Niederösterreich nach einer Impfung mit der Corona-Vakzine von AstraZeneca veranlasst. Aktuell gebe es noch keinen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang mit der Impfung, wird betont. Dennoch wird die betroffene Charge sicherheitshalber nicht mehr ausgegeben und nicht weiter verimpft. Derzeit liegen zwei Meldungen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung aus derselben Charge im Landesklinikum Zwettl vor. Eine 49-Jährige ist infolge schwerer Gerinnungsstörungen verstorben. Eine 35-Jährige, die eine Lungenembolie entwickelt hatte, befindet sich hingegen auf dem Weg der Besserung. Um die Todesursache der 49-Jährigen abzuklären, werde eine Obduktion im Wiener AKH durchgeführt, hatte Bernhard Jani von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur einen Bericht der Niederösterreichischen Nachrichten bestätigt. Die 35-Jährige, eine Kollegin der Verstorbenen, befinde sich stationär auf der internen Abteilung im Landesklinikum Zwettl. Am vergangenen Wochenende sei die 49-Jährige an eine Intensivstation des AKH übernommen worden und einen Tag später an der schweren Gerinnungsstörung verstorben, erläutert eine Sprecherin des Spitals. Die Frau hatte demnach in Niederösterreich zehn Tage vor Spitalsaufnahme die erste Teilimpfung des Covid-19-Impfstoffs erhalten. Es heißt, derzeit gibt es keinen Nachweis für einen Zusammenhang mit dieser Impfung. Aufgrund des zeitlichen Zusammenfallens wird seitens des AKH und der MedUni Wien dennoch alles unternommen, um die Todesursache lückenlos aufzuklären. Die Untersuchungen würden allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Aufgrund der bekannten klinischen Daten wäre ein kausaler Zusammenhang nicht herstellbar, da insbesondere thrombotische Ereignisse nicht zu den bekannten oder typischen Nebenwirkungen des betreffenden Impfstoffs zählen würden, erklärt das BASG. In den klinischen Daten zeigen sich auch laut aktuellen Kenntnissen im Vergleich zu Placebo keine dahingehend besorgniserregenden Daten oder Signale. Auch in der sofort veranlassten internationalen Analyse der Nebenwirkungsmeldungen sei bisher keine Häufung ähnlicher Fallberichte sichtbar geworden. Man wünsche sich im Interesse all jener, die sämlich auf eine Impfung warten, eine möglichst rasche Untersuchung, um Klarheit zu haben, wie es zu diesem bedauernswerten Ereignis kommen konnte. Teilt AstraZeneca den Medien mit. Das Unternehmen stehe im engen Kontakt mit der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES, und unterstütze deren Untersuchung voll und ganz. Der Impfstoff sei von der Europäischen Arzneimittelbehörde und der Weltgesundheitsorganisation basierend auf einem globalen klinischen Programm mit 23.000 Teilnehmern zugelassen worden. Alle diese Bewertungen haben ergeben, dass der Covid-19-Impfstoff AstraZeneca sicher und wirksam wäre, betont die Firma. Bis hier ein Zusammenhang nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann, müssen in Österreich Impfungen mit dem Wirkstoff von AstraZeneca mit sofortiger Wirkung ausgesetzt werden. Das fordert indes FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer in diesem Wort laut. Besonders die am Freitag erfolgte Zulassung des Impfstoffs für Menschen ab 65 Jahren stelle eine Gefahr dar. Zitat, der Gesundheitsminister muss hier sofort handeln und AstraZeneca nicht mehr verimpfen lassen, bis das Obduktionsergebnis der Krankenschwester vorliegt, hält Hofer fest.